um das podest zu aktivieren ist es von da hier hochkommen das ist schon jetzt, oder? krass ok, da hochzukommen ist jetzt nicht mehr so das Ding, aber ok, daher waaaaaas? wie lange ist denn die scheiße? doch, was? wieso kann ich nicht, oh, meine A-Taste, hallo? fuck waaaaaas? 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 und A-Taste, jetzt funktionieren wir bitte, danke da runter, da hin, da ooooh ooooooooh tack tack zack 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 ei, ei, ei Nein Ja, was soll das? Hey Ich weiß nicht, ob das wirklich an meiner Fuck, 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 was habe ich getan? Ah, an meiner A-Taste liegt oder so Aber das ist mega nervig Los Trenn da Hallo, hallo Ich kann halt nicht springen Danke, ach Ach Wieso klemmt die Ficke denn? ist äußerst ungünstig hey danke für nichts meine art hast ein problem der wird schlimmer und schlimmer ich sag's euch ich kippe halt schon alles man ich muss mal kontrollech mal auseinandernehmen was stimmt halt gar nicht wie ich mir dachte ist man da auch nicht safe hier bin ich aber richtig ne ja hallo mucki das erkunden des unbekannten ist gar nicht so einfach vor allem ohne deine tasche um ach das ist eine sehr große tasche die du hast ob ich sie wohl haben dürfte auch vielen dank hier ich gebe dir dafür meine alten kräuterbeutel meinen ja der beutel ist alt aber die kräuter sind frisch so frisch geil ich habe kräuter du hast deinen neuen quest gegenstand gefunden aus diesem kleinen beutel dringend dringend würziger geruch suche quest aktualisieren finde ich jemanden der die kräuter gebraucht könnte was ist denn mit ihm los jetzt ach fuck das war ja wow ach fuck ich kann mich ja nur einmal dran hängen er ist ganz schön kritisch hier habe ich das gefühl äh muss ich hierhin fuck hey nö ganz ganz kritisch was macht er denn wow was das ist ja dumm das ist ein dumme pulke für dich mein Freund